Mit dem Quigo Kreuzlinien Laser von Bosch gehört das mühselige Ausrichten mit der Wasserwaage der Vergangenheit an. Dank der grünen Lasertechnologie sind die Laserlinien für das menschliche Auge im Vergleich zu den roten Laserlinien bis zu viermal besser sichtbar. Dies ermöglicht einen Arbeitsbereich von bis zu 12 Metern. Der grüne Laser ist selbst unter hellen Lichtbedingungen wie beispielsweise bei einer größeren Fensterfront gut sichtbar.